Krasser Sturm über Berlin, ey. Was haben wir heute? 20. Juni 2013. 22 Uhr. Boah. Mega Sturm. Heftige Winde, heftig viel Staub, ein richtig schönes Lichtspektakel. Und jetzt kommt der Regen. Boom. Panisch flüchtende Fahrradfahrer. Heftige Winde. Wartet euch. Wartet euch. Überall in ihren Augen. Drei Tropfen Regen, jetzt geht's ein bisschen los. Endlich der Regen, ey. Die Erlösung. Drei. 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 Ja! Fuckin' hell! Woah, ein guy nearly got hit on the fucking bike just now as well. This guy here. Woah! Woah! Ahh! Look, you can't see Alex now. Fuck me! Wow! Look at all the water man! Woah! Look at all that water! Woo! 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 Oh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bombastisch.